Zugprofi Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Panoramabahnreise in die Schweiz mit Zugprofi. Diese würde Ihnen jetzt noch mal in einem kurzen Video unser Zugprofi persönlich vorstellen. Ja, ich möchte Ihnen jetzt noch eine ganz besondere Reise vorstellen. Und zwar geht es in das malerische Kantersteg für vier Übernachtungen. Und von dort aus machen wir einen wunderschönen Ausflug nach Montreux mit dem Golden Pass Express. Es ist auch sehr empfehlenswert, in Kantersteg mal mit der Seilbahn hochzufahren zum Oeschnensee. Wunderschön, kann man ein bisschen laufen. Und danach geht es mit dem Glacier Express nach den vier Tagen von Kantersteg zunächst über den Lötschberg. Und dann mit dem Glacier Express durch die Rheinschlucht Richtung St. Moritz über die Albula-Linie. Ist auch Welterbe-UNESCO-Linie. Und dann sind Sie noch weitere drei Nächte in Bernina aus. Hier ist sogar die Halbpension schon mit inkludiert. Und das ist ein wunderschönes Hotel auf 2000 Meter Höhe. Es gibt im Umfeld viele kleine Wanderwege an kleinen Flussbächen entlang. Und von hier aus machen Sie auch den Ausflug mit der Bernina-Bahn über den Bernina-Pass. Und in Alp Krüm vorbei. Das ist die Bahnstation, die nur mit dem Zug erreichbar ist. Da könnten Sie nicht mit dem Auto hinfahren. Dann geht es weiter über die Gletschermühlen Richtung Tirano. Dabei können Sie auch die Fahrt über den legendären Brusio-Gleis erleben. Ja, ganz wichtig wäre noch, wenn Sie Interesse an der Reise haben, dann sollten Sie sich die spätestens bis 31. März gebucht haben. Da in diesem Fall dann die An- und Rückreise von Ihrem Heimatbahnhof in Deutschland inkludiert ist. Wenn wir nun Ihr Interesse geweckt haben an dieser wunderschönen Panorama-Bahnreise in die Schweiz, benötigen wir für die Anmeldung lediglich ein paar persönliche Daten von Ihnen. Diese können Sie gerne telefonisch durchgeben, vielleicht auch verbinden mit ein paar Fragen. Weiteren Fragen zu dieser Reise, die vielleicht offen sind, die beantworten wir Ihnen sehr gerne. Ansonsten auch per E-Mail. Die Kontaktdaten werden gleich im Anschluss nochmal eingeblendet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.